Ich hab mich mal geschossen! Gewehrschütze 50 Meter Norden Aufsattel Hallo? Die Bots sind glaube ich zu blöd um anzusteigen Wo sind die Gegner? Ruma? Nein ich weiß nicht Alter Trupp an Bord Marines Trupp Kampfwasser 650 Meter Ja Insel Davon hab ich geredet Bab Oh Gott Oh Gott Was hat der denn Der hat an der falschen F***er rückgelegt Wir haben 6 Wochen für diese Invasion trainiert also versauen wir's nicht Alter wenn du nicht aufhörst zu jammern verpasst ich dir eine dass ich dich nicht mal Google wieder finde Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich bin nicht auf Standard gestellt Munition! Haben wir ne Shotgun überge... So das sieht schonmal vielversprechend aus wie wir vor Jaaaahhh... Ja da guck halt Ich geh da nicht rein Ich auch nicht Da musst du jetzt auch nicht zu... Da war nix Das klingt, wenn man hier langläuft. Wir müssen die Herzen brechen heute. Ich wollte auch gar nicht. Was ist denn da unten? Da kommt so ein Vieh, das fährt hier im Kreis. In die Lücken, in die Lücken, in die Lücken. Ich will die Lücke, ich komm mal mehr rein. Aufdrehen, aufdrehen! Was machen wir denn jetzt? Da hinten, da hinten. Was denn? Oh nein, das ist hinter mir. Ich bin hinterm Arsch. Wie komm's dran? Ich hab's von hinten berührt und tot. Nein! Nein, Alter! Ohohoho! 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 Die ballert ja ne ganze Line weg. Ah, was? Ich stand hinter dem Ding! Ach, süß. Scheiße, grad. Geh weg, blöd! Oh, geconselt. Ich hab gar keinen Grund. Pfff! Kann man mal machen. Alter, fuck! Oh, fuck! Das war mir da sehr dämlich. Aber ich bin noch schön hingekickt. Hier, geconselt! Ohohoho! Wird hier einen gebrauchen. Oh, das ist ziemlich loot hinterlassen. Ohoho! Ich bin fucking UCN Bolt jetzt. Fuck you! Woah! Ahaha! STREAM! Hey, man kann über die ganze Tür laufen? Seit wann denn das? Ja, nur anfangen. Ach, da wie seh echt schon aus. Oh mein Gott. Ohohoho! Ohohoho! Ohohohoho! Ohohoho! Das war kein Problem. Ohohohohoho! Jetzt in anderen Spiel! Nee, nee! Klar strahend. Uuuhh. Bravo! Sie Flachwichser! Los du Flachwichser! Gewehrschütze! Gewehrschütze! 100 Meter! Gewehrschütze! Gewehrschütze! 100 Meter! Namen! Gewehrschütze! Alter, ja, gibt's ja Leute ohne Gewehr! Gewehrschütze! 100 Meter! Nordost! Gewehrschütze! Alter! Nordosten! Gewehrschütze! Gewehrschütze! 100 Meter! Gewehrschütze! 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 100 Meter! Osten! Gewehrschütze! Gewehrschütze! Wo steht das denn? Gewehrschütze! Hahahaha TROPPP hier drüben neu formieren! 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 Mach die mal so einen Haufen hin. Steffen das gefällt mir ganz und gar nicht. Wow. Warum? Das passiert wenn der Stirbensilber aufmacht. War das dieses Kreis, gell mir? Ja, dann wurde er passiert. Ich sehe kein Erro aber die Dinger sind einfach pink kariert. Wo ist denn? Ich glaube. Mal hin. Mal hin. Oh. Wie geht's aufm Sack, weil's bei mir nicht geht? Wie geht's aufm Sack, weil's mir aufm Sack geht? Klausiven. Und jetzt loswerden gar nicht hin. Mal hin, ich bin hier oben. Waren unseren alle morgens? Aber du hast dein Quietschen ausspricht. vom Zombie angreifen lassen. Da bist du! Ich bin auf jeden Fall immer bewusstlos. Du! Du wirst den Steffen beschuldigen. Das ist ja ein Schwein. Ich hab David's Bull aufgepackt. Hey, du zeigst gar nicht unten. Du? Du zeigst nicht unten. David, du warst das doch. Ich hab auf deinem Schriegelzeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Ja lol, die Flare ist jetzt aus, obwohl ich sie angemacht hat, weil ich die in der Hand hatte und dann die Hände hochkomme. Auf geht's, oder? Die Gegend hätte ich jetzt auch geschnitten. Los David, go. Ich fick euch, okay? Was bin ich eigentlich im Charakter? Der Kleinwart. Ja, ich bin... Wow!! Oh! So scheiße! Das macht ihr schön. Niklas? Ja. Willst du fahren? Nein. Was das ist? Das war's. Die drehen sich bestimmt. Deine Mutter dreht sich. Okay, damit du rechtlich le- Wow. Was macht der Peter? Was macht der Peter? Was macht der Peter? Das macht er! Was macht der Peter? 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 Das war's. Was macht der Peter?